Gleis 8A steht RE7 nach Würzburg Hauptbahnhof über Schweinfurt, Abfahrt 13.35 Uhr. Gleis 8A steht RE7 nach Würzburg Hauptbahnhof übernimmt die Abfahrt 13.35 Uhr. Gleis 8A steht RE7 nach Würzburg Hauptbahnhof über Schweinfurt. Abfahrt 13.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 8A Einfahrt RE17 von Naumburg. Weiter als RE16 nach Halle Hauptbahnhof über Weimar. Abfahrt 14.36 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. ICE 509 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 14.31 Uhr von Gleis 1. ICE 708 nach Hamburg Alsona über Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 14.32 Uhr von Gleis 9. RE2 nach Kassel Wilhelmshöhe über Leinefelde, Abfahrt 14.33 Uhr von Gleis 2. RE16 nach Halle Hauptbahnhof über Weimar, Abfahrt 14.36 Uhr von Gleis 8A direkt gegenüber. Und RB23 nach Saalfeld über Armstadt, Abfahrt 14.38 Uhr von Gleis 7A direkt gegenüber. generisch Höhen 10.34 Uhr von Gleis 1.35 Uhr, Abfahrt 14.35 Uhr von Gleis 1. Einfahrt in die Bissette der 90 Stafel, die wir uns heute überlassen, Hauptbahnhof in den Abschüssen nicht mitgehen, Abfahrt nur schlusslich 14.28 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 8, Einfahrt RB21 von Gera, weiter als RB21 nach Gera Hauptbahnhof über Weimar, Abfahrt 15.17 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 8a, Einfahrt RB20 nach Leipzig Hauptbahnhof über Weimar, Abfahrt 15.01 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.